BAM! Da gehen wir ins Kino! Mama, die muss da gleich noch ein bisschen was tun, Schatz, in der Küche und so. Und deswegen überlege ich gerade, ich habe noch den Babytrager, ob er da reinmacht. Guten Morgen, ihr Lieben, ich komme zu euch. Wir sind wieder zu Hause und dem Dario geht es soweit auch ganz gut. Du musst ihn gerade umziehen, weil ich gerade auch Pischino was anziehe. Das ist ja wieder so ein regniger Tag. Ich ziehe ihm sehr gerne mal so über so Bodys einfach nur noch mal ein T-Shirt. Ich mag das, total Kerle irgendwie. Das ist von so einem Portugal-Trikot. Schaut mal, wie süß ist das denn? Hier ist ja so viel, also die Kinder, die haben so viel Kleidung. Das ist Mamas Bürste. Die hast du aber öfters in der Hand, ne? Mag ja irgendwie, total gerne. Soll ich dir die Haare kämen? Also eigentlich hat er eine eigene Bürste. So ein Bibikarm ist das, ne? Dann gehen die ganzen Locken weg, Dario. Oh, das sieht aus. Oh, der hat irgendwie so richtig feines Haar. Oh, Dario sieht aus, als wäre es eine Steckdose gewesen. Ziemma, wo kommt das rein? Hier, ne? Ne, hier. Und er möchte halt die ganze Zeit getragen werden. Also wenn wir vom Krankenhaus wieder zurück sind, ist das immer so, dass der Dario erstmal so zwei Tage wirklich ungelogen nur die Mama möchte. Also, er möchte dann auch auf dem Boden spielen und so, aber die Mama muss dabei sein. Also alles mit Mama. Aber die Mama, die muss da gleich noch ein bisschen was tun, Schatz, in der Küche und so. Und deswegen überlege ich gerade, ich habe noch die Bibitrager. Ob er da rein mag? Ich weiß es nicht. Und vor ein paar Tagen dachte ich mir noch, boah, wofür hast du die Bibitrager noch hier? Die brauchst du doch gar nicht mehr. In Dario. Aber es ist vielleicht gar nicht verkehrt, die noch zu behalten und vielleicht sogar mit nach Portugal zu nehmen, weil wir werden auch diesmal zu Bonsesuch gehen. Vielleicht erinnert ihr euch, es ist dieser Ort, wo ganz viele Treppen sind. Und als Helgiano geboren ist, bin ich mit ihm diese ganzen Treppen gelaufen. Ich weiß nicht, wie viele hunderte Treppen das sind. Wir hatten die mal tatsächlich gezählt. Ich weiß es gerade nicht. Ja, die bin ich dann auch mit Melina gegangen. Dann habe ich diese mit Luisa gemacht. Und dieses Jahr mache ich diese mit dir, mein kleiner Junge. Wir müssen die Nase putzen gehen. Und wie gesagt, ich muss noch ein bisschen was tun. Deswegen nehme ich jetzt den Dario mit. Mal gucken, ob er sich in die Trage setzen möchte. Willst du das wieder hier reinmachen? Ne? Ne? Du kannst es auch mitnehmen. Sollen wir das mitnehmen? Du nimmst das mit. Nimm halt fest. Und Mama nimmt die Bürste mit drüber, ja? So. Komm, Mama macht noch eben die Strumpfhose richtig. Ui. Dann gehen wir einmal hier raus und holen die Babytrage. Alles gut? Hm? Ah, der ist da jetzt. Ah, jetzt habe ich die, ähm, den Kamm liegen lassen. Da sitzt der Dario. Dieser Stuhl ist so praktisch. Das ist der Fresco Blumenstuhl. Ah! Den haben wir ja damals für Giano gekauft. Melina, Luisa, Dario hat sich super gelohnt. War zwar teuer, um die 600 Euro, aber wow. So, ich muss mich noch anschauen, Schatz. So, Dario. So, Dario hat Beschäftigung und ich, ich auch. Schaut mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, und sonst ist bei uns heute nicht so viel los. Ähm, ein Action-Hall wollte ich mal wieder gedreht haben, ne? Ist ja jetzt auch schon zwei Wochen her. Es tut mir wirklich leid. Ich komme da einfach nicht hinterher. Ähm, aufgrund, dass ständig etwas ist. Also, ich krank, Kinder krank. Ja. Genau. Aber heute bin ich mit Dario. Hey? Ja. Guck mal hier, Dario. Ach, hier habe ich ein bisschen gelegt. So, das kannst du die haben. Ich habe auch schon ein bisschen angefangen. Hm. Und du die machst? Probier mal selber. Karotte-Kürbis. Schmeckt so mild. Möchtest du? Ab 8 Monaten. Bei Horstmann gekauft. Hier. Ja? So wie eine Wasserfläche. Was war das? Hm. Schmeckt? Wow. Lecker. 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 So. Ich bin ja hier schon fast fertig. Ich muss halt noch die Sachen wegräumen. Und dann geht es im Wohnzimmer weiter. Ich habe da noch die Blumen auf dem Tisch. Die sehen aus Leckomio. Die muss ich euch zeigen. Oder auch nicht. Die sehen wirklich nicht mehr toll aus. Ähm. Da müssen neue Blumen her. Ja. Eigentlich mag ich das ja gar nicht so. Blumen im Haus. Ich finde immer Blumen gehören in den Garten und nicht ins Haus. Aber irgendwie diese eine schöne Vase. Die Vase ist nämlich wirklich hübsch. Die kann ich euch auch gleich nochmal zeigen. Das ist so eine schöne Vase. Ich bin schon verliebt. Wirklich. Ich konnte eine Vase verliebt sein. Die hat was. Und da habe ich tatsächlich dann gerne Blumen drin. Ich habe mir auch überlegt vielleicht welche zu kaufen. Die gar nicht echt sind. Aber ob das so das wahre ist. Weiß ich nicht. Krass. Schaut mal bitte. Ich habe so krass abgenommen. Wie locker das hier sitzt. Da kannst du eine ganze Hand rein machen. Das war der letzte Stand ne. Also wo ich es das letzte Mal an hatte. Das ist so krass und erschreckend gerade. Also wie macht man das jetzt länger? So. Ganz easy. Heftig. Boah. Das waren aber ein paar Zentimeter gerade. Wow. Da habe ich echt krass zu abgenommen. Jetzt gucke ich mal hier. Ich liebe ja diese Tragen. Mit diesem Wahlmuster hier. Richtig, richtig schön. So. Und die hier hinten zu. Na gut. Der Dahl ist ja auch gewachsen. Ich denke das passt. Ich teste das hier jetzt mal. Mal gucken ob der überhaupt da reingehen mag. Wäre ja für ab und an doch mal praktisch. Weil er will ja auch nur mit mir einschlafen. Dann ist er wieder mit mir einschlafen. Dann finde ich ihn schön ablegen. Man kann das nämlich richtig gut. Also wenn ich ihn mit der Frage auf dem Bett lege. Die Dinge ab mache. Und dann bleibt er da trotzdem weiterhin liegen. Wenn er denn wirklich im Tiefschlaf ist. So. Dann teste ich das mal jetzt. So. Willst du mal kurz hier rein? Ja? Ja? Was darfst du mitnehmen? Mein Jo ist schon so groß. So lang. Ich hoffe mal. Passt du hier überhaupt rein, Dario? So. Gib mal was das überhaupt noch kann. Einmal so. Dann nehmen wir die Haare raus. Ja? Kennst du das überhaupt noch? So. Halt dich mal hier fest. Und. So. Jetzt brauchen wir das nur noch ein Schnall hinten. Warte. Warte. Erstmal richtig. Sitzen. Jetzt kann ich das tun. Lalalala. Lalalala. Ich glaube das gefällt ihm richtig. Uh. Hör mal. Du bist schon großer. Ja. Über ein Jahr. Gefällt dir? Ich straff dich so lange wie du magst. Mensch. Ja. Oh. Wieder mich anguckt. Und plötzlich. Sieht er so klein aus. Ein bisschen mal raus jetzt. Ich hab ihn immer noch in der Trage. Es regnet und regnet. Und wir haben Juni. Leute. Was machst du, Dario? So. Also Juni und ja. Wo bleibt der Sommer? Schaut mal bitte. Die kommen jetzt weg. Sieht nicht mehr aus. Schaut mal bitte. Wie hübsch ist diese Vase, oder? Ich find die ja so schön. Die ist gar nicht komplett weiß. Muss die mal irgendwo abstellen. So. Jetzt sieht man das Muster, ne? Richtig, richtig toll. Schmutzig. Ja. Die mach ich jetzt sauber. Kommt halt wieder auf den Tisch. Und ja. Mal gucken. Brauch neue Blümchen. So. Die Kinder sind alle im Haus. Alle wieder bei mir. Familie ist vollständig. Ähm. Genau. Wir sitzen gerade hier bei Melina im Zimmer. Also. Melina und ich. Wir räumen jetzt hier auf. Wir haben schon ein bisschen was gemacht. Sag mal. Der Ballon. Der kann doch langsam in den Löwen, oder? Hm? Ja. Den haben wir hier seit Februar. Der kann weg, ne? Den habe ich bis zum Geburt. Oder meinst du, da kann man das Ding wieder reinmachen? Hier dieses, ich weiß wie das heißt, Stiel? Mhm. Meinst du, dann kann man den wieder aufblasen? Das testen wir. Meint ihr, das funktioniert? Dann lass mal los. Das nehmen wir gleich mit runter. Ja, aber. Ja. Die das Geschenk hat. Ja. Die hat auch das Zuhause. Ja. Dann testen wir das doch mal gleich. Nehmen wir das mit runter. Denn hier oben habe ich keins. Und wir räumen jetzt hier weiter auf. Ich wollte noch bei Luise aufräumen, Schatz. Ja. Was ist das denn? Das können wir auch langsam in den Müll. Zeig mal. Hä? Wie hast du das Ding gemacht? Hast du das gemacht? Nein. Wie nein? Das war da drin. Ja, das war da drin. Wie ist das denn da? Das sieht aus wie... Lass mal los. Das ist nämlich am Befröseln. Sieht aus wie ein Nagelack. Schaut mal. Luftballon mit Gesicht. Wer war das? Melina. Die Melina war das. Wieso sagst du es denn nicht direkt? So, dann komm. Wir räumen weiter auf. Die Box kommt hier weg. Und die Hauschuhe kommt an die Füße. So. Wie sieht es mit dem Bett aus? Guck mal. Das ist vom Pepper-Butts-Spiel. Müll. Und hier die Tasche, die kann glaube ich runter. Magst du die mal leer machen? Das ist Müll. So. Ich hole da eine Tonne. Die habe ich entleert oder wollte ich entleeren. Und da kannst du alles reinschwerfen. Okay, genau. Die habe ich noch nicht entleert. Die zwei, die stehen noch hier. So. Melina, machst du bitte alles hier rein? Dann kann ich das gleich mit runter nehmen. Okay? Aber wenn du das behalten möchtest. Ja, wenn du das behalten möchtest. Gut. Dann kannst du das da in deiner Schublade machen. Wie sieht es denn eigentlich hier aus? Das ist weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das? Schatz, guck mal bitte. Könntest du das mal bitte wegräumen? Ja? Alles kommt zu drin. Ja? Ja. Ja. Die malten mich so viel in der Kita. Also wirklich so viel. So viel kann man gar nicht behalten. Ich sag mal zu Melina. Melina, also mit den ganzen Bildern könnten wir nicht nur dein... Kinderzimmer tapezieren. Sondern das ganze Haus. Ne Melina? Hab ich recht? Ja. Das ist meine Tasche. Ja. Also ist das Haus für die Luisa, richtig? Ja. Sonst müsst ihr tauschen. Luisa hat ein ganz tolles, massives, also ist auch ein bisschen größer. Hier. Dann muss ich das mal mit der Luisa machen. Und was ist mit der Hüftburg? Ist die eigentlich noch gut? Ja. Doch, ne? Okay. Dann räume ich bei Luisa jetzt das Zimmer auf. Und das... Ja, die ist von Luisa. Und das hier kommt auch bei Luisa. Guck mal, Melina. Steht mir? Steht Melina drauf. Die ist richtig cool, Melina. Die lasse ich jetzt auf, damit du weißt, wer hier die Königin im Haus ist. Ja? Mama, dafür noch ein Geschenk für dich. Das habe ich vergessen, dir zu geben. Das muss du aufmachen. Sie macht ja öfter... Darf ich das zeigen? Also sie macht öfter solche Geschenktaschen, sagt sie immer. einmal drumherum geklebt. Dann hat sie hier oben vorne gemalt. Und das muss man jetzt aufreißen. Und da drin befindet sich mein Geschenk. Das gemalte Bild. Oh, die Post. Ja. Und das ist eine Ziege. Ja, Ziege. Cool. Man muss kurz runter. Ganz schnell. Die Post war da. Die Fairy Box ist da. Freue ich mich. Mega cool. Ich liebe solche Beauty Boxen. Du weißt einfach nicht, was dich erwartet. Und die Fairy Box, die besteht ja aus Naturkosmetik. Also wirklich eine interessante Box. Da sind immer Produkte mit dabei, die ich so gar nicht kenne. Und ich bin da auch jedes Mal überrascht. Noch im Aufräumen. Die waren auch von Weihnachten. Oh, Miline, jetzt tauchen die ganzen Geschenke auf. Guck. Du kriegst ja noch ein Weihnachtsgeschenk. Oh, das ist aber so richtig... Oh, der ist süß. Richtig süß. Oh mein Gott. Ein Kind muss ein Kältchen rausnehmen. Und das ist noch ein Zug. Oh, das fällt schon zum zweiten Mal. Und dann müssen die Kinder ja warten, wer das ist. Also ein kleiner Briefumschlag. Und da drin war hier dieser Stern. Und der das ist, der kriegt Süßes. Oh. Wo soll ich mir das jetzt hin machen? Ich muss mich mal mit runternehmen. Hast du es auch? Ja. In meinem Büro. Wenn ich mal wieder ein Büro habe. Und das kann ich nicht. So. Ja, das kann ich jetzt wieder runternehmen. Ah, mein Ohrring. Ja. So, Milina. Äh, Ciano, dann gucken wir mal bei dir. Komm, großer Mann. Komm, großer Mann. Komm, großer. Also, Milinas Tonne sieht jetzt so aus. Oh mein Gott. Mama. Ja. Ja. Komm, der Dario, der ruft mich. Kurz bei Ciano. Oh mein Gott. Der Comio. Was ist hier los? Ist hier die Bombe eingeschlagen? Nee. Mama, Mama, Lina und Luisa, wo die hier oben waren, haben die auch in mein Zimmer gespielt. Und das heißt, die müssen jetzt auch aufräumen, oder was? Nein. Dann solltest du dir aber merken, dass nächstes Mal, wenn sowas ist, wenn sie bei dir spielen dürfen, dass man hinterher direkt aufräumt. Okay? Okay, Schatz? Was? Jetzt haben die Mädels aber selber was zu tun. Und deswegen, jeder räumt jetzt für sich auf. Okay? Und wer dann zuerst fertig ist, der kann ja dem anderen helfen, oder? Ja. So machen wir das, ne? Wer zuerst fertig ist, der kriegt Süßes. Der kriegt Süßes. Nö, wenn alle fertig sind. Ich kann keinen Wettrenner. Nein, kein Wettrenner. Aber wenn alle fertig sind, dann dürft ihr natürlich auch was Süßes. Aber nicht, weil ihr jetzt aufgeräumt habt, sondern einfach nur so, ne? Hier muss man nicht irgendwie was machen, damit man Süßes bekommt. Okay? Ich bin jetzt bei Dario, ja? Bis später. Wenn was ist, ruft ihr bitte. Hier, das nehm ich noch mit, denn die Sachen, die gehören runter in meinen Raum. Die Kinder und ich, wir haben eine tolle Idee. Die möchten nämlich mal wieder ins Kino. Und jetzt haben wir geguckt, welche Filme laufen. Ich such gerade... Hier ist es. Moment, die Liste. Wo ist denn die Liste? Kinder, jetzt habt ihr die Liste die ganze Zeit gehabt? Liste. Wo die ganzen Filme drauf standen, die drei? Die liegt da doch. Wo? Die Liste. Wo denn? Wo? Ciano, siehst du die Liste? Da! Das ist nicht die Liste. Doch. Nein, das ist nicht die Liste. Es ist die Liste weg. Es waren drei Filme. Und da stand nämlich das Daten drauf. Nein? Nein, Schatz. Da ist die Liste. Sehr schön. Komm. So. Wir haben ja hier diese Countdown-Liste. Liste. Und da können wir jetzt eintragen. Hier. In wenigen Tagen darfst du mit den Kreuzen anfangen. Richtig cool. Moment. Erstmal sagst du mir bitte welchen Film. Also wir haben jetzt hier einmal imaginäre Freunde. Das kommt ja jetzt am Wochenende. Das willst du ja nicht, ne? Ist ab Null. Dann haben wir alle steht Kopf. Das fandet ihr ja alle ganz gut. Das kommt übernächste Woche. Also das willst du nicht? Was? Weil das ist auch ab Null. Da kann die Luisa hin. Und dann gibt's ich einfach um verbesserlich vier. Das ist ja das Minions, ähm, ja, Film. 3D. Ich weiß nicht. Das ist aber erst Anfang Juli, Schatz. Anfang Juli. Anfang Juli. Was willst du von den drei? Juni. 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 Juni haben wir jetzt. Juni. Juli ist nächsten Monat. Noch ungefähr einen ganzen Monat wartest du. 2 Millionen. Gut. Dann stell dich mal da drauf. Ich zähl mal eben ab und sag dir, wo ein Kreuz hinkommt. So, Janan, schau mal, hier wo die 5 ist. Da darfst du Kino reinschreiben, ja? Was ich noch sagen wollte, Janan, du weißt schon, wenn einer krank ist, irgendwas dazwischen kommt, wegen Dari oder so, dann müssen wir das verschieben, okay? Ich möchte halt nehmen, dass du traurig bist. Mama. Was ist? Den möchtest du essen? Ja. Zeig mal, was ist denn für einer? Oh, Backer. Oh, da ist Tom und Jerry drauf. Ja, Kollege. Ja. Ja, willst du den hier? Ja. So, passt auf, den muss ich gleich noch aufräumen. Ich wollte noch da drinnen Staubsaugen. Mama. Kino. Freust du dich? Ja. Sehr gut. Kannst einen Minion dahin malen. Ja. Ja, wusste ich. Da, Melina ist da. So, welcher ist deiner? Oh, den Minion muss ich euch gleich noch zeigen, das darf ich. Hier unten oder ist da oben? Das ist deiner? Ja. Also, Melina möchte eben so Minions gucken. Ja. Also, bitte einmal hier. Kannst du das schreiben? Kino? Äh, weiß ich nicht mehr. Willst du mal versuchen? Dann los. Oder mach irgendwas. Oder den Fernseher malen. So ein Bildschirm. Melina, kannst du doch abschreiben da oben. Ja, das macht sie doch gerade. Guck mal bitte. Janos Minion. Hält ihr da eine Banane? Ich hab zwei Bananen. Richtig witzig. Cool. Melina versucht gerade nachzumachen. Darf ich filmen? Ja. Ja. Wow. Ki. Hm. Wie bei Melin. Melin. Na. Und ein O bei Giano. Das am Schluss. Ein O. Wow. Mama, bei Kino sind vier Buchstaben. Und bei Giano sind vier Buchstaben. Was war falsch? Man fängt hier oben an. So, Pferd. Willst du da auch ein Minions hinmalen? Ja. Dann los geht's. Und ihr könnt das noch ausmalen, ne? Die Palme. Das vollgepackte Armton. Ich mal eine Banane. Du malst eine Banane. Alles klar. Also, Melina und Giano gehen zusammen ins Kino. Und Luisa? Da muss ich mal mit Luisa gucken. Ich weiß nicht, welcher Film besser für Luisa ist. Steht Kopf ist halt alles mit Zeichentrick. Fertig. Und dieses imaginäre Freunde ist mit Zeichentrick. Und mit Menschen, ne? Ich hab eine Banane gemacht. Oh, sehr schön. Cool. Jetzt ist die Luisa. Die macht einfach einen Stempel. K für Kino. Opa. Wow. Mach erst mal zu. Ja. Erst mal zu. Dann hier auf dem Stuhl. Ja, natürlich darfst du. Warte. Ja. Ja, warte. Da ist die Vericherung. So. Und. Feste, feste. Los. Bam. Da gehen wir ins Kino. Da essen Joghurt. Giano macht hier anderes Zeug. Und ich, ich wollte jetzt hier das Video beenden. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns morgen um 10 Uhr. Bis morgen. Tschüss. wunsch. Wunsch. Und wir sehen unsitic Dации Dos.